Hallo meine kleinen radioaktiven Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute reden wir mal über Stalker 2, denn wir haben neues Gameplay bekommen, was ziemlich geil aussieht und ich bin sehr sehr gespannt auf das Spiel, es sieht fantastisch aus, Grafik sowie Audio Design sehen super aus, also Unreal Engine 5 sieht mal wieder fantastisch aus und ich bin ziemlich hyped, ich kann eigentlich nichts mehr anderes zocken, ich will Stalker 2 spielen und im Hintergrund sehen wir, wie die Entwickler ein paar neue Funktionen zeigen, das Inventarsystem zeigen und ein bisschen was erklären. Also schaut euch gerne das Video an und am Ende des Videos kommt noch der Clip, wo die Entwickler über den Goldstatus vom Spiel reden, nicht reden, aber es zeigen und ich habe noch was für euch, um die Zeit zu versüßen, bis Stalker 2 rauskommt, habe ich da was für euch und zwar Stalker Anomaly und Stalker Gamma, so nicht alle kennen von euch Stalker und manche sind vielleicht neu in dem Genre und Stalker Anomaly ist, schau mal vorweg, ist umsonst, ihr müsst es nicht dafür bezahlen, es sind ein paar Monster, die ihr runterladen müsst und was genau ist Stalker Anomaly, Stalker Anomaly ist, eine Kombination aus den drei vorherigen Spielen von Stalker und wie ich finde, das beste Spielerlebnis, um Stalker besser kennenzulernen, es gibt auch noch Stalker Gamma, das ist eine Mod für Stalker Anomaly, was die Spielnummer deutlich schwerer macht und es bringt neue Herausforderungen mit sich und Stalker Anomaly ist vollkommen ausreichend, um sich auf Stalker 2 vorzubereiten. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Stalker 2 haltet und wie hyped ihr seid und welche Edition ihr vorbereitet habt, ansonsten, danke fürs Zuschauen, schaut gerne auf Twitch, wir spielen da definitiv Stalker 2 bei Release, lasst gerne auch ein Like da für den Algorithmus und ich lasse das letztliche Video laufen, wir sehen uns im nächsten Video, auf Wiedersehen. Und hey, if you want to stick with your firearm for a bit longer and customize it further, technicians will be happy to assist, but not for free. These guys can repair and upgrade your gear to suit your gunfight style, making it more specialized for specific circumstances, oder vice-versa, turning it into a versatile tool for any situation. Remember, the Zone is a unique place, but the laws of physics and ballistics still apply. Each gun feels and fires differently, and it's effectiveness depends on the distance and the type of armor you're up against. That's why, my friend, preparation is key to survival. But don't forget, this place is full of surprises. The more you know the Zone and expect the unexpected, the better your chances of living another day, exploring her mysteries and secrets, and reaching the goal you've set for yourself. 3 Staffel Untertitelung des ZDF, 2020